Jo, hier haben wir einen Meter Bier. Erzähl mal eine Minute, was war ein Meter Bier, was dir gerade so einfällt. Bier ist Bier, aber es sind vier verschiedene Sorten. Kannst du dich noch erinnern, was für Sorten das waren? Ja, das war auf jeden Fall hier, das kann ich mir erinnern, das war ein ungefiltertes Bier. Das war hinten mal ein Pilz. Das war Schwarzbier. Und das ist Weizenbier gewesen oder Weizenbier? Also sehr zu empfehlen hier. Prost, sag ich mal. Prost, ein Liter Bier. Sehr zu empfehlen. Und zwar jedes Glas 0,2 Liter mal 8 sind insgesamt. 8 mal 0,2 sind 1,6. Ja, das reicht schon, um besoffen zu werden, um einen am Tee zu haben. Ja, das ist gut. Also sehr zu empfehlen hier in Berlin am Potsdamer Platz. Das ist das Lindenbräu, ne? Ja, also wo wir gerade sind, ja, Top Location und ja, in diesem Sinne, Prost, ne? Euch allen.